Musik Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade schon unterwegs. Ich habe heute Morgen meinen Vlog geschnitten und bin jetzt unterwegs nach Iserlohn zum Wimpern machen bei der lieben Tuba. Ja, denn übermorgen geht es ja in den Urlaub. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, übermorgen geht es nach Amerika mit Laura. Und ich freue mich. Bis Ende des Monats. Am 30. kommen wir wieder. Also es werden richtig, richtig coole Vlogs online kommen. Ja, und deswegen mache ich mir vorher noch mal meine Wimpern und meine Nägel gleich. Und ich habe gar keinen Bock, jetzt das alles zu erledigen. Das ist immer so. Vor allem Nägel machen. Da sitzt man einfach so die ganze Zeit und denkt sich so, Kein Bock. Aber naja. Ich will ja schöne Nägel haben. Und nicht, dass die dann irgendwie alle in Amerika abbrechen oder so, weil ich nicht beim Nägel machen war. Genau. Und deswegen erledige ich das jetzt alles heute. Ich habe nämlich heute Vormittag, Mittag, tagsüber wie auch immer frei und muss erst heute Abend um neun arbeiten. Ja. Oh, verdammt. Jetzt muss ich hier ein paar Platz suchen und hier ist alles voll. Oh, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Mist. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Hallo. Ich habe jetzt freshe Wimpern wieder. Könnt ihr das sagen? Nicht so richtig, stimmt was? Sie möchte gerade nicht. Hier ist aber auch das Licht, das ist auch gerade unfassbar kack. Auf jeden Fall habe ich wieder ganz frische Wimpern. Bin ready für den Urlaub. Und jetzt geht es noch meinen Nägel an den Kragen. Ihr seht, die sind doch schon ordentlich ausgewachsen. Ich bin jetzt gerade in der Stadt angekommen, in der Tiergalerie und warte gerade auf den Aufzug. Einen von den beiden. Und dann lasse ich meine Nägel machen. Ich gehe nämlich immer hier in der Tiergalerie, falls ihr hier aufs der Nähe kommt, in der Tiergalerie, in diese Beauty-Oase. Ja, und die machen das eigentlich ganz gut. Könnte zu dem Aufzug kommen. Und danach muss ich noch einkaufen. Katzenfutter. Damit da alles geregelt ist, wenn ich weg bin. Und dann fahre ich nach Hause und mache zu Hause mein Zeug weiter. Ich freue mich schon, wenn es Sonntag loskriegt. So, ich bin dann jetzt auch endlich mal wieder zu Hause. Oh Gott. Ich habe freshe Nägel und es ist jetzt 16 Uhr und ich fange jetzt mal an, hier meine Wohnung auf Klarschiff zu bringen. Wasche schon mal ein bisschen Wäsche. Spülmaschine habe ich gerade an, dass soweit alles fertig ist, wenn ich weg bin. Ich habe mir übrigens gerade noch was im Depot gekauft. Ich habe mir letztens, ich habe immer in der Küche so einen Seifenspender stehen für Spüli und der ist mir kaputt gegangen. Dann habe ich mir einen neuen gekauft, den hier, und den haben meine Katzen runtergeschmissen. Deswegen ist das obere Ding jetzt abgebrochen. Sprich, ich habe mir wieder einen neuen gekauft und zwar den hier von Depot. Der war im Sale für 4,89 Euro. Ich hatte nämlich einen Gutschein und dann habe ich mir noch was gekauft, was ja voll fancy ist. Und zwar so ein, hallo, so ein Brett hier. Das ist nämlich ein Brett. und da ist ein Messer auch mit drin. Aber das Coole daran ist, ich packe das mal aus. Das war falsch drin. Ja. Da waren da alles. Das Coole ist, wenn man darauf schneidet, fällt das Zeug, was auch immer man schneidet, direkt hier so rein und dann hat man hier unten so den Müll. Und das ist voll geil. Und es war halt direkt das Messer so mit drin. Fand ich fancy. Und das war reduziert auf eigentlich 13,99 Euro, aber die an der Kasse meinte 12,99 Euro. Und da ich eh einen Gutschein hatte, habe ich mir das mitgenommen. Und was ich noch gekauft habe, ich habe so ein bisschen für den Urlaub so ein paar Sachen gekauft. Ich setze mich mal hier auf den Boden. So kleine Größen, so ein Haarspray, Druck und Shampoo, ein Kater. Was habe ich mir noch gekauft? Stiles, was habe ich mir noch gekauft? Eine Zahnpasta, eine kleine. Kleine Packung für Kontaktlinsen, Flüssigkeit, Zeug. Dann eine kleine Creme. Also ich habe zwar noch ein paar von diesen Reisegrößen zu Hause, aber ich glaube, das, was ich mir jetzt gekauft habe, hatte ich eben nicht mehr da. Und wenn, dann ist es Backup. Dann habe ich ein Waschgel gekauft, ein kleines. Micellenwasser von Garnier, ein kleines, zum Absinken. Nein, das habe ich mir nicht gekauft, das gehört in meine Tasche. Ich habe mir noch irgendwas gekauft. Ich glaube nicht, auf jeden Fall halt so ein paar Reisegrößen für den Urlaub. Hallo. So, ich habe mich jetzt gerade geschminkt und ich habe glücklicherweise heute mehr geschafft sogar, als ich gedacht habe. Ich habe schon ein bisschen Sachen für meinen Koffer zusammengepackt, meine Wohnung sauber gemacht, hier alles fertig gemacht, bin am Wäsche waschen und so, habe mich jetzt gerade geschminkt. Und vorher, da dachte ich nämlich, dass ich das nicht schaffen werde, habe ich noch ein Video geschnitten. Richtig cool. Das wird, ich denke, nächste Woche online kommen, nächsten Mittwoch. Aber nicht um 12, sondern um 16 Uhr, weil ich habe das ja ein bisschen verändert. Irgendwie sieht meine Augenbraue gerade leicht komisch aus in der Kamera. Ich weiß auch nicht. Ich habe heute nochmal das hier benutzt, von Rivalde Lubyang aus der Chocolate Lovers Limited Edition, Edition, diese Eyebrow Pomade, weil mir eine Zuschauerin geschrieben hat, ich fand die ja so super cremig und so, dass man die paar Tage offen stehen lassen soll und dann wäre die besser von der Konsistenz. Habe ich gemacht. Ist auch minimal besser geworden. Also ich habe das jetzt auf meinen Augenbrauen drauf, aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht, weil ich habe trotzdem, oh, warte, trotzdem ein paar Stellen an den Augenbrauen gehabt, wo das dann auf einmal gar nicht mehr gedeckt hat, wo ich dann zum Beispiel hier oben ein bisschen mit Puder drüber gehen musste und das war irgendwie voll merkwürdig und ist jetzt nicht so mein Fall. Ich möchte gerade ein bisschen Lippen pflegen. Ähm, genau, dann bin ich froh, dass ich das Video noch geschnitten habe und ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, ich glaube nicht, aber ich habe gestern schon irgendwie nach dem zweiten Tag oder so von diesem Channel schon die tausend Abonnenten geknackt und jetzt sind wir aktuell tausend siebenundfünfzig. Ich finde das voll krass, das geht richtig schnell und das hat mich richtig gefreut. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der diesen Kanal abonniert hat und falls ihr gerade den Vlog guckt und noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. und was gibt es noch zu sagen? Ich habe mich gerade mit der Miss Bella Palette geschminkt und gestern haben Fabio und ich das Staffelfinale von der sechsten Staffel geguckt von Grey's Anatomy. Ich will jetzt nicht, für alle, die es nicht geguckt haben, nicht spoilern, aber ich finde, das ist eins der krassesten Staffelfinalen von Grey's Anatomy. Das war krass. Und in der vorletzten Folge oder so, vorvorletzten, vorm Staffelfinale hat Demi Lovato mitgemacht. Ich habe schon die ganze Zeit auf diese Folge hingefiebert, weil ich liebe Demi. Mann, meine Wimpern kleben hier voll zusammen. Könntet ihr das mal bitte lassen jetzt? Oh. Ja, so viel dazu. Das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. Und ich werde jetzt noch das Thumbnail fertig machen für das Video, was ich geschnitten habe und mich dann anziehen. Es ist jetzt 20 vor 9. Um 9 muss ich los auf die Arbeit. Beziehungsweise kurz vor 9. Äh, ja und dann geht's arbeiten. Meine Güte. Ich habe gleich eine Probeschicht, die ich einarbeite. Und Fabio kommt dann auch gleich. Wir haben dann zusammen Frühschicht. Jo. Das ist der Stand der Dinger. So, ready für die Arbeit. Let's fetz. Dann wollen wir mal. Hallo Fabritius. Ein monastischen guten Tag. Wie geht's? Ich bin müde. Das macht mich nicht hin, mein Ohr. So. Wir werden nun atmet. Ich bin überfordert. Es sieht sich vor zu viel rum. So ein Mies. mit der Stühbürste und dem Ding da. Sie schwecken. So was. So was. So unten auch. Weiß ich nicht. Leipzig unten auch. Das ist so. So warte. Ein bisschen feuchtbar. So ein ganz klein wenig. Ja. Keine Ahnung, ob ihr euch sehen könnt oder nicht, aber ich habe jetzt feiert und werde diesen Club hinter mir lassen bis Ende des Monats und ich freue mich darüber. Oh Gott, ich glaube, es ist gefroren hier, der Boden. Es war so schön warm die letzten Tage und jetzt ist es wieder richtig kalt. Und kacke. Aber ich bin ja morgen weg. Geil. So, also ich verabschiede mich jetzt. Ich verschwinde jetzt nach Hause zu Fabians Bett und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis morgen. Bye.